Ist da jemand? Ist da jemand? Hallo? Ist da jemand? 1, 2, 1 Hallo, wer ist am Telefon? Hallo? Hallo? 3? Hallo? Ihre Lösung bitte? Hallo? 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 Hallo, wer ist da? Hallo? Wer ist am Telefon? Hallo? Peter, Ihre Lösung bitte. Peter, I'll call it. Peter, hallo? Ist da jemand? Nicht dabei, tut mir leid, Peter. Bleiben Sie dran. 3, 2, 1 Nächster, tut mir leid, nicht dabei. Nächster. Das ist 2-Werfer-Win. Wer ist am Telefon? Hallo? Hallo? 3, 2, 1 An Minderjährige bezahlen wir den Gewinn definitiv nicht aus. Wer ist am Telefon? Hallo? Ihr Adolf, Arsch, meine Lösung. Ihre Lösung? Hallo? 3, 2, 1 Nächster. Manche halten sich heute schon für ganz besonders witzig. Ist da jemand? Hallo? Ich moderiere seit mittlerweile 5 Jahren. Einen Abend wie diesen habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Hallo? Ist da jemand? Ja, die Simone nochmal. Simone? Ach, die Nudeln. Halli, hallo, hallochen. Wer ist am Telefon? Aufgelegt! Hallo? Ist da jemand? Hallo? 3, 3, 2, 1 Nächster. Ist da jemand? Hallo? Nein? Nächster. Wer ist denn da? Hallo? 16. Und was erzähle ich denn immer wieder so? Hast du das schon mal zugehört mir? Bitte? Darf man mit 16 schon mitspielen? Ja, ich glaube schon. Was steht denn da? Ja, ab 16 Jahre. Wann ist man denn volljährig und wann ist man denn noch minderjährig? Darfst du denn schon Verträge unterschreiben mit 16? Ähm, hallo, ich wollte eigentlich antworten. Nee, das geht nicht, weil du bist ja noch keine 18. Wer ist am Telefon? Hallo? Ja, Lüttges. Wer spricht dort? Jürgen Lüttges. Wie alt sind Sie? Äh, 53. Oh, okay. Ihr habt die Sitzung 5 für 1.000 Euro. Hallo, wer ist denn da? Ja. Wer ist dort? Ja. Ah, hallo, hier ist Lorich. Ihre Lösung? Hallo, hier ist Lorich. Abtur. Ist da jemand, hallo? Hallo? Ist da jemand? Drei. Zwei. Hallo? Hallo, wer spricht denn dort? Drei, zwei, eins. Es gibt Personen, die rufen und zählen sich selbst runter. Drei, zwei, eins. Ich kenne auch. Bitte hören Sie auf. Hallo, wer ist am Telefon? Ist da jemand? Das können Sie auch noch runterzählen. Wollen Sie das selber machen vielleicht? Drei, drei, zwei, eins. Jetzt hören Sie. Oh, ich kenne sie nicht mehr. Hallo, wer ist am Telefon? Ah, das ist noch einmal. Arisch hatte ich gesagt. Arisch. Das fing immer wieder mal lustig. Nächster. Da hat mein Spaß ein Loch. Sorry. Nein. Also, sie rufen mich auch nicht mehr an. Aber raus, wenn es wer das war. Gibt es Ärger. Wer hat was anderes als die Nudel? Hallöchen, wer ist denn da? Drei, zwei, eins. Tschüss. Was die Mama wohl sagen wird, wenn die die Telefonrechnung sieht, da gibt es Ärger. Die Mama, die macht auch Rambalsamba daheim. Hallo, wer ist am Telefon? Miep. Nächster. Hallo. Ja, kam, hallo. Hallo, wer ist am Telefon? Hallo, wer ist da? Wer spricht dort? Ich da. Ihre Lösung? Hallo. Ja, die Lösung bitte. Wer ist denn da? Hier spricht die Sandra von Money Express. Wen wollten Sie denn sprechen? Den Money. Den Money? Ja. Oder den Express vielleicht? Nimm mal den Express. Okay. So, drücken Sie die Taste 1. Okay. So, Sie sind jetzt beim Express. Ihre Lösung bitte. Die Lösung ist... Terra Media. Sehr gut. Hallo, ist da jemand? Hallo? Ihre Lösung bitte. Ähm... Fohlen. Hallo? Hallo? Willst du jetzt nochmal sagen, bitte? Isch? Fohlen. 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 Gehirn. Bitte? Hallo? Ihre Lösung? Ich würde sagen Murg. Bitte? Murg. M-U-R-G. Schule? Hallo? Ja, wer ist denn dort? Die Dani. Dani, was kommt raus? Schule. Hallo? Hallo? Barbe. Meine Lösung ist das Die, den Diehl. Bitte? Diehl. Dieb? Diehl. Diehl. Ja, genau. Hallo? Ist da jemand? Ja. Wer denn? Thomas Lied. Lied? Ja. Hallo? 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 Ihre Lösung? Bitte? Grube. Grube? Asse? Asse? Deine Richter Meinung ist. Asse? Ihre Lösung? Hallo? Ah, Asse. Wusen. Bitte? Wusen. Wusen. Wusen? Ja. Wusen wird leider nicht gesehen. Ist da jemand? Ah, ja. Wer ist denn dort? Ah, ja. Wusen? Ja. Wusen, was ist denn? Das ist ja nur genannt. Hafen noch nicht. Das ist ja gut. 4.000 Euro am Hafen suchen wir nicht. Nächste. Ihre Lösung? Hallo? Oh, hallo? Hallo? Wer ist dort? Das ist der Maxe. Maxe? Was kommt da raus? Der ist der Maxe. Wenn jetzt denn deutsche Wörter gesucht, dann kann man ja auch ausländische Wörter nehmen. Also so Umschreibungen oder so, Abkürzungen. Mit deutschen Leuten eigentlich. Ja? Kann ich alle wieder grüßen? Ja, grüß doch. Ja, erstmal dich, ne? Danke, aber ganz schnell, weil wir sind ja hier in den Fix ohne Klingelrunden, in den schnellen Runden. Wir grüßen noch die Lady Moonlight von den Instagram-Dingern. Und ich hätt als Lafi, L-A-F-I, als Lösung. Lafi? Ja. Nächster. Nächster. Hallo, Ihre Lösung. Hallo. Was haben Sie denn raus? Na klar. Wer ist denn dort? Hallo. Wer? Tim. Tim, was kommt raus? Raum. Einer nach dem anderen kommt durch. Ihre Lösung, hallo? Hi. Ja, hallo. Hallo, wer ist denn dort? Wer ist denn da, hallo? Hallo? Na, ich will doch nicht. Das ist ja. Ist da jemand? Hallo. Drei. Hallo. Drei. 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 Hallo. Herr Drei. Ihre Lösung. Hallo. Ihre Lösung bitte. Ja, und sonst? Haben Sie eine Lösung? Ja, natürlich. Okay. Ihre Lösung. Lothar. Hallo. 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 Nur die Lösung. Äh, Muschi. Arsch.